. BR 2018 Hallo, Leute. Darf ich vorstellen? Das hier ist Finn, ein Australian Shepherd. Der hat was ziemlich Cooles drauf. Passt auf. Finn, wieviel ist 2 plus 2? Wow, super. Wahnsinn, oder? Habt ihr schon mal einen Hund gesehen, der rechnen kann? Ich zeig's euch noch mal. Finn, wieviel ist 1 plus 2? Sehr gut. Na gut, ich hab ein bisschen geschummelt. Ich hab ihm mit meiner Hand angezeigt, wie oft er bellen soll. Aber trotzdem ziemlich cool, oder? Der Finn hier hat aber noch viel mehr drauf. Was Australian Shepherds so alles können, das zeigen wir euch in der heutigen Sendung. Aber jetzt, ihr habt's schon erraten, und dann starten wir mit der Quizfrage. Was haben Australian Shepherds häufig? Ist es Antwort A, zwei verschiedenfarbige Augen? Oder ist es Antwort B, schwimm heute zwischen den Zehen? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Der Finn und ich sind heute aber nicht allein. Der hat natürlich auch noch eine Besitzerin und eine Australian Shepherd-Freundin. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach den beiden und für euch gibt's die Infos. Na, komm Finn. Australian Shepherd heißt auf Deutsch australischer Schäfer. Er wird auch aus sie genannt, also Australier. Dabei kommt der Australian Shepherd gar nicht aus Australien, sondern aus Nordamerika. Dorthin zogen im 19. Jahrhundert viele Einwanderer aus Europa und Australien, um Farmland zu kaufen und Vieh zu halten. Die Einwanderer brauchten auf ihren Farmen robuste und ausdauernde Hunde, die eigenständig das Vieh hüten konnten. Sie kreuzten deshalb verschiedene Hüte- und Schäferhunde miteinander und im Laufe der Zeit entstand der Australian Shepherd. Der Name Australier kommt wohl daher, dass die Amerikaner Merinoschafe als australische Schafe bezeichneten. Und die hütete der Australian Shepherd besonders oft. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ich hab's euch versprochen, da ist die Besitzerin vom Finn, die Alexandra und die Lia, die kleine, süße Maus. Ui, die ist aber wild drauf. Wie alt sind deine beiden Aussies denn? Also die Lia ist 16 Monate und der Finn ... Finn, komm her. Platz wird zehn Jahre im Januar. Ah, dann ist die Lia deswegen so viel kleiner als der Finn, weil sie noch jung ist? Nein, sie ist ein Mini-Australian Shepherd und der Finn ist Standard. Aussies gibt es nicht nur in verschiedenen Größen, sondern auch in vielen Farben. Zum Beispiel Redtree, also in Braun-, Weiß- und Kupferfarben. Oder Blacktree, in Schwarz-, Weiß- und Kupferfarben. Fins und Lias Farbe nennt man Blue Merl. Fins und Kupferfarben. Euch ist es bestimmt auch sofort aufgefallen, die haben einen ganz unterschiedlichen Charakter. Finn ist eher der ruhige, gelassene und Lia will halt Action haben. Ja, genau. Sie ist auch noch ein bisschen jünger, aber ich glaub, sie ist auch einfach eher eine Wilde, oder? Ja, sie ist vom Temperament wirklich wuselig und ständig unterwegs. Sie sind Hütehunde, sind sehr intelligent und brauchen relativ viel Beschäftigung im Sinne von Kopfarbeit. Wenn die jetzt so agil sind, brauchen die dann auch super viel Platz? Kommt immer drauf an. Garten wäre gut, ist aber kein Muss. Wenn man mit ihnen viel rausgeht, dann ist eine Wohnung okay, aber Garten wäre schon toll. Wenn die die ganze Zeit Action brauchen und wild sind, kann man denn dann überhaupt mit denen kuscheln? Das muss ich gleich mal testen. So, ich kann mir schon denken, wer hier verkuschelter ist. Der Finn wahrscheinlich, oder? Oh, ja, ich glaub, das findet er ganz gut. Also, kuscheln mögen sie auch, oder? Ja. Scheinbar genießen sie's beide gerade. Ja, am Abend vor allem. Da schmeißt er sich auf einen drauf, schlägt einen ab und ist so richtig relaxt. Aber jetzt fällt mir gleich auf, die haben ganz Unterschiedliches verliert. Der Finn hat eher so ein dünneres, weiches und der Finn, der hat fast so ein wolliges, dichtes Fell. Ja, das ist unterschiedlich, wie sie gezüchtet sind. Die Lia hat keine Unterwolle und er recht viel. Also, er ist plüschiger. Wenn man hier so durchgeht, da bleibt schon einiges hängen. Wie sieht's mit der Pflege aus? Muss der Finn viel gebürstet werden? Das Fell ist relativ pflegeleicht. So einmal bis alle zwei Wochen ungefähr, je nach Bedarf. Also, es gibt nicht so, dass ich sag, ich muss ihn jeden Tag bürsteln. Okay, aber jetzt hat er Bedarf, oder? Wir können ja mal bürsten. Ja, genau. Könntest du gerne machen. Ja, cool. Was hast du denn da? Danke. Ist der Finn nicht einfach eine coole Socke, bringt seine Bürste selbst. Dann probiere ich die jetzt mal aus. Schön angesappelt. Du hast vorhin gesagt, man muss mit denen arbeiten. Da hast du jetzt wahrscheinlich nicht bürsten und kuscheln gemeint, oder? Wir machen sehr viel Kopfarbeit in dem Sinn, dass wir viele Denk- oder Nasenarbeit machen. Das heißt, Futterbeutel verstecken, Spielzeug verstecken. Das ist für beide wichtig, zu Hause zu trainieren, weil wir Rettungshundearbeit machen. Die beiden sind Rettungshunde? Ja, der Finn ist geprüfter Rettungshund und die Lia ist noch in Ausbildung. Das heißt, die helfen dabei, Menschenleben zu retten? Ja, wir trainieren jedes Wochenende, das ist ganz wichtig. In der Ausbildung lernen Rettungshunde, vermisste Personen aufzuspüren, und zwar in unterschiedlichem Gelände. Sie können so das Leben von Menschen retten, die z.B. bei Erdbeben verschüttet wurden oder von Lawinen. Bei dieser sog. Flächensuche finden die Hunde die Spur, ohne vorher den Geruch der Vermissten erschnüffelt zu haben. Lia trainiert noch zu Hause. Ich verstecke einen Futterbeutel im Garten. Alexandra passt auf, dass Lia nicht sieht, wohin ich gehe. Soll ich ihn verbuddeln? Das wär fies. Aber ich mach's trotzdem. So, los geht's. Schon nach ein paar Sekunden findet das Energiebündel Lia den Beutel. Super, sehr gut. Mit ihr üben wir das immer im Garten und mit dem Finn machen wir das im Wald, mit den anderen Staffelmitgliedern oder mit den anderen Hunden. Und da fahren wir jetzt dann hin. Cool, dann los. Hallo. Hallo. Ich bin die Anna, servus. Das ist der Ecki mit der Luna und das ist Carola mit dem Jack. Ah, hallo. Uh, ihr seht ja auch ganz hübsch aus. Ja gut, dann legen wir gleich los, oder? Machen wir. Carola versteckt sich im Wald. Sie spielt die vermisste Person, die die Hunde finden müssen. Rettungshunde tragen bei der Suche eine Art Weste, die sog. Kenndecke. Glocke und Lampe sorgen dafür, dass die Hundeführer ihre vierbeinigen Partner auch im Dunkeln orten können. Luna wäre bereit. Aber ich möchte natürlich mit Alexandra und Finn die Suche starten. Ich schick ihn los. Der Finn sucht aber selbstständig, verbellt an dieser Person. Dann komm ich zu der Person hin. D.h., wir müssen dann den Finn suchen, nach unserem Gehör. Genau. Im Training ist es so, dass er einen Futterbeutel zugeschmissen bekommt und er zu mir kommt und ich ihn belohne dafür. Alles klar. Dann legen wir los, weil die Carola hat sich schon versteckt. Wir wollen sie ja nicht so lange warten lassen. Ja, mach mal. Such. Klasse, Finn hat's geschafft. Er bellt oder verbellt, wie man sagt, damit wir wissen, wo er ist. Jetzt bekommt Finn den Futterbeutel und Alexandra belohnt ihn. Und dann, wenn ich fertig bin, kommt die Kenndecke ab, dass er weiß, mein Job ist erledigt. Und dann spielen wir mit dem anderen Futterbeutel noch mal. Schau mal. Kannst du auch zergeln ein bisschen und dann einfach gewinnen lassen. Und dann machen wir mit dem Futterbeutel. Super gemacht, Finn. Super. Das war echt megatoll. Ich bin froh, dass es Rettungshunde wie Finn gibt, um dabei zu helfen, vermisste Personen zu finden. Was macht denn einen guten Rettungshund aus? Was muss der draufhaben? Der muss entweder verfressen sein oder gerne spielen. Also er muss einfach Lust darauf haben zu arbeiten? Richtig, genau. Das ist seine Belohnung eben. Entweder das Essen oder das Spielen. Man muss ja jetzt keine Rettungshundeausbildung machen, wenn man einen Australian Shepherd hat. Was man allerdings schon braucht, ist so eine Grundausstattung wie Leine, Halsband, Futternapf, Körbchen, solche Sachen. Was kostet das ungefähr? 150 bis 200 Euro so insgesamt. Wie sieht's mit Tierarzt, Steuer, Versicherung aus? Was kostet das ungefähr? Das sind im Jahr zusammengerechnet circa auch um die 130 bis 150 Euro. Und so ein schlauer Aussie, was kostet mich der, wenn ich den jetzt von einem Züchter holen will und nicht aus dem Tierheim? Unterschiedlich zwischen 12 und 1600 Euro. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage nach dem Futter. Was gibst du da ungefähr im Monat aus für einen Hund? Zwischen 60 und 70 Euro pro Hund. Die Lia braucht ein bisschen weniger, der Finn ein bisschen mehr. Was sagst du so dazu zum Thema Futter, Finn? Wie schaut's denn aus? Sollen wir mal was futtern? Ich glaub schon. Was gibt's denn für die beiden zu futtern? Jede Menge, wie ich sehe. Ja, heute gibt's Rinderherz, Gemüse, Frischkäse, Öl und Kräuter. Das heißt, du barfst. Es gibt biologisch artgerechte Rohfleischfütterung. Richtig. Also rohes Fleisch und Gemüse. Dann rein damit. Das Futter wird abgewogen. Lia bekommt weniger als Finn. Zum Fleisch gibt es gedünstetes Gemüse. Riecht gut. Und Frischkäse für zusätzliches Eiweiß. Kräuterpulver und Öl helfen dabei, die Hunde gesund und fit zu halten. Ein leckeres Hundemal. Jetzt noch etwas Wasser dazu. Dann lässt sich's leichter umrühren. Alles vermanschen? Dann kann's losgehen. Nein, Lia, zuerst ist Finn dran. Und jetzt du. Geh. Geh. Dann dürfen die zwei sich's jetzt ein bisschen schmecken lassen. Und für euch gibt's noch mal alle Infos zu den Australian Shepherds. Wie viel Platz brauchen Australian Shepherds? Ein Haus mit Garten ist ideal. Bekommen die Aussies genug Auslauf, geht eine Wohnung auch in Ordnung. Kuscheln Australian Shepherds gern? Oh, nee, nicht schlecken. Auch wenn sie oft sehr aktiv sind, stehen die Hunde voll auf Kuscheln. Wie pflegt und hält man Australian Shepherds? Je nach Fellart müssen Aussies regelmäßig gebürstet werden. Beschäftigung fürs Köpfchen ist wichtig, ebenso wie Ruhezeiten. Einen Aussie bekommt man ab 1200 Euro. Für Tierarzt und Versicherung zahlt man jährlich etwa 150 Euro. Das Futter kostet pro Hund ca. 60 Euro monatlich. Was fressen Australian Shepherds? Finn und Lia bekommen Rohfleisch mit Gemüse, Eiweiß und anderen gesunden Zusätzen. So, unsere beiden Aussies sind jetzt super happy und satt. Und ich wär super happy, wenn du mir die Quizfrage auflösen könntest. Was haben Australian Shepherds häufig? Ist es Antwort A, zwei verschiedenfarbige Augen? Oder ist es Antwort B, schwimm heute zwischen den Zehen? Antwort A, zwei verschiedenfarbene Augen. Manche haben zwei gleiche Augenfarben, manche unterschiedlich. Man nennt sie auch bunte Hunde, weil es eben so viele Farbgebungen gibt. Ich finde auf jeden Fall, das sieht sehr interessant und hübsch aus. Wir haben ja schon gesehen, dass die sehr gut suchen können. Die Frage ist, können sie sich auch gut verstecken? Das teste ich jetzt gleich mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich komme. Wo sind die? Nein. Ah, da hinten vielleicht. Scheinbar sind sie auch Meister im Verstecken, so was Ärgerliches. Aber ich finde die schon noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Servus. Wo seid ihr denn? Hallo? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.